hallo und herzlich willkommen mein lieben freund hier zu einem weiteren teil transport fiver 2 season 90 oder wie auch immer man weiß es nicht so genau ja vorneweg bevor wir anfangen ein ganz 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 großes dankeschön an alle von euch in alle 900 mittlerweile 900 abonnenten vielen 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 dank finde ich super klasse trotz dass ich nicht regel mäßig immer videos ausbringe wegen meinem job et cetera bin ich super klasse dass es schon 900 sind jetzt geht es auf die 1000 zu da habe ich da freue ich mich schon ewig darauf nicht das schaffe das ist für mich persönlich wirklich ein großer großer meilenstand wenn ich den erreiche vielen vielen dank dafür und ja danke was was anderes kann ich nicht sagen danke schön dann hierzu ich hatte ja im letzten video gefragt warum oder beziehungsweise warum hier oben das rot aufleuchtet er hatte einer ein lieber zuschauer gesagt ich habe die personen spitzkern verbaut das absolut richtig habe ich nachgeguckt muss ich noch tauschen habe ich noch nicht gemacht und dann fragt er auch noch wo ich dieses dieses hafen gebilde habe muss immer gar noch raus tappen wie hieß es jetzt das findet ihr nur im steam workshop und das heißt es ist expansion 2 und nordic warrior da gibt es einmal schiffe also hier die ganzen schiffe und halt diese ganzen gebäude helfen kein mauern alles möglich also es hat expansion 2 von nordic warrior findet ihr nur im steam workshop nicht im forum soweit ich weiß ja jetzt zur heutigen folge ihr seht ich habe hier nichts geschafft heute ist samstag samstag natürlich wochenende viel unterwegs gewesen bin jetzt eben jetzt nach hause gekommen nehmen jetzt die folge auf einmal andere kumpel der wartet schon im ts dass wir gleich wieder anruz zocken deswegen habe ich jetzt nichts im offscreen gebaut bisher außer eine kleinigkeit mit der ich mich jetzt heute auch beschäftigen würde ich will jetzt heute nicht schon wieder ganz und ganze zeit bauen ich würde ganz gerne jetzt die erste güterlinie in betrieb nehmen und wir haben ja hier unsere unsere fabrik die braucht halt bretter um werkzeug herzustellen so wir haben hier hinten das hat jetzt schon mal angebaut wenn ihr hier an seestadt vorbeifahrt über püggen geht es dann hier links ab das habe ich jetzt gerade gebaut weil hier oben ist nämlich ein wald so hier ist ein wald das muss ich natürlich alles nachher noch ein bisschen den wald einbauen gibt mir da ein bisschen zeit für genau hier haben wir halt jetzt den wald so dass wir natürlich gucken wo haben wir bretter wo haben wir ein sägewerk ich weiß es nämlich gar nicht ich habe das alles ausgeblendet industrie ist ja da ist auch ein wald das auch im wald hier hinten ist ein sägewerk das ist ja eigentlich gar nicht so schlecht wir kommen jetzt von hier dann fahren wir hier dran vorbei haben wir bis hierhin hier haben wir die bretter weg fahren wieder zurück bringen das hier in unseren großen kargoyard ihr will mal sagen 1 in das lange kopf gleis und dann wird hier ist mein werkzeug produziert das ist doch eigentlich mal ganz cool da würde ich sagen wenn wir jetzt hier erst mal das hier abreißen nicht dass das hier nachher von alleine da irgendwie hingeht wenn wir jetzt hier erstmal ein bahnhof bauen natürlich die frage jetzt in welche richtung bauen wir jetzt hier ein bahnhof so da würde ich sagen setzen wir jetzt hier irgendwo mal den bahnhof hin müssen wir gucken was machen wir denn hier auch nennt hier kann man nachher irgendwie durchfahren richtung weigenheim sind würde ich schon sagen jetzt sind wir hier mal normalen bahnhof hin auch so ein 400 meter lang das deckt ab das werde ich wahrscheinlich nachher alles eh noch mal umbauen wenn man das jetzt so auf die schnelle nicht gefallen wird weil ich jetzt hier hoch mal gucken so dann unsere trasse bis 120 140 weil es noch mal schnellere züge haben bei 140 aber erst mal gerade als wir hier irgendwie nachher noch irgendwie was hinbauen müssen haben wir hier noch ein bisschen bisschen spielraum dann geht das hier hoch muss die brücke muss ich hin da ist die brücke das haben wir jetzt ja um den berg drumherum mal hier schön hoch dann geht es auch schon ganz schön hoch das geht so langsam kurs auf die auf die brücke nehmen sagt sagt dann jetzt gehen wir da mal direkt darauf bekommen was dann passiert das ist eine straße direkt davor das gibt auf jeden fall eine hübsche kollision die muss erstmal weg doch nochmal immer hier direkt drauf hier haben wir dann waren dann waren dann waren dann waren dann ja aber das können wir so lassen doch das ist eine andere die straße gleich unter der brücke durch dann haben wir das was ich doch schon mal richtig gut aus ziemlich eben sogar dann würde ich sagen setzen wir jetzt erstmal signale das haben wir noch nicht die kann haben wir überhaupt irgendwo hinten schon signale nehmen noch gar keine signale hier hat das wieder lustig so wir haben hier wir dürfen die abstände jetzt nicht zu groß setzen weil wir nachher hier mehrere züge fahren und die abstände zu groß sind dann fahren die sich züge sich alle zusammenziehen müssen wir jetzt hier ein paar kleinere abschnitte machen dass ein notfall hat die züge halt immer schnell eine enge zugreihenfolge gegeben ist jetzt am anfang macht das noch nichts aber wenn wir jetzt mal so 50 folgen weiter gucken wer weiß was dann hier abgeht und ja hier ist schon fast ein bisschen groß inzwischen so dann haben wir das haben wir hier ja auch noch signale zack dann würde ich sagen ist dieser ganze abschnitt hier ist halt hier davon hier kann sie entscheiden da jetzt darauf zu fahren ist einmal signal steht da hinten man muss hier halt noch ein signal hin so dann ist das jetzt eigentlich alles freigegeben dann komme ich jetzt sagen kommt hier noch ein signal hin tag so gut und dann muss ich jetzt hier in jedem ausfahrts gleis also hier ist ein durchfahrts gleis wird erstmal so machen wir das erstmal so ist mal gucken wo wir hier letztendlich durchfahren mit welchen mit den zügen da haben wir eins jetzt war das immer mittel sondern geht das nämlich jetzt hier drauf und hier ist der abstand kann auch noch ein bisschen kleiner dann hier durch der außen lang das ist noch relativ großer abschnitt hier jetzt hier durch und dann geht es ab da rein das ist doch schon mal gar nicht so schlecht da will ich nehme ich jetzt hier erstmal das depot hinsetzen das ist da hinten angesnappt wird es auch ein bisschen bisschen doof und dass das gut alt bewährte so da war eine linie das ist dann einmal und andere farbe und zwar braun für holz dann geht das nämlich jetzt außen lang hier müssen wir jetzt mal so ein signal als wegpunkt nehmen aber wo ein stars 1 sagt dann geht es nämlich hier weiter und ich gucke wo wir jetzt hier durchfahren ist klar das ist alles frei dann können wir uns erstmal das hier als durchfahrts gleis können haben wir hier außen lang hier geht es dann ab perfekt jetzt gehen wir mal jeden hin das jetzt jetzt eigentlich schon mal ganz gut aus das hat gut funktioniert hier geht es wieder vorbei so und hier geht es dann nicht dadurch sondern hier kannst du durch die mitte durchgehen einmal über dieses kleister bitte da kommen wir nicht rüber so es ist noch nicht weitergezwungen natürlich doof haben wir das mal gerade also zack jetzt kommen wir da auf jeden fall weiter genau perfekt jetzt hier mit drauf jetzt auch hier außen wiederum geil macht er von alleine nicht richtig gut ich werde mir aber trotzdem nehme ich ihm das signal dass er nicht falls sich mal irgendwas ändert also dann meint er kann man das lang fahren dann geht es hier durch das ist auch komplett richtig da muss ich jetzt mal gucken dass sie das eine signal anvisiere sondern geht es darauf dann geht es nämlich hier hinter rom ort geht es dann erst mal zu diesem signal so genau das sieht doch schon mal echt gut aus da würde ich erst mal zwei züge auf die linie elektrisch auf jeden fall diese schöne vectron die vectron hier der system log passierte vectron hier kommen wir nehmen 156 das ist ein schöner zug db cargo vorspann 200 ist damit den anders leipziger muss irgendwie vorgestellt sie wissen anders aus na wenn wir die klassische cargo und mal gucken dass wir irgendwie rumwagen wir haben also an oben nach weg wagen reverse dann haben wir hier irgendwo rumwagen hier warum wagen unwagen kann holz transportieren 160 rungen wagen da kann aber nur 18 laden den finde ich eigentlich ganz schön ach ich trotteln hinzufügen hier war erstmal so auf 350 meter komplett übertreiben eine kapazität von 340 so kaufen wir den autosave los kommen fertig also hier ist ausgewählte fahrzeuge ändern das hatte ich nämlich auch nicht gewusst wurde mir dann auch im letzten kommentar dann gesagt sehr gut so dann kann der auf die linie muss ich noch umbenennen die linie stopp stopp die nennen wir dann holz holz klammern baum 1 so perfekt diese lok sieht echt so schön aus so mit dem zug fahren wir jetzt gleich einmal mit bis zur brücke der rest ist ja noch nicht so spannend und hier setzen wir den gleichen zug jetzt einmal drauf so machen wir mal hier das gleiche warum jips 55 ist jetzt einer zu viel so und dann einmal elektrisch wasser weiter hier da ist er im güterverkehr nehmen wir jetzt hier einmal die andere über die ob die ob die anders aussieht zack und kaufen und zack auf die linie perfekt die hat eine etwas andere lackierung eine etwas andere lackierung aber wir wollen dem zug mit fahren wenn wir uns einmal die fahrt sieht nämlich noch ein bisschen schöner aus die sieht deutlich schöner aus als die andere so haben wir nicht für kammerperspektiven eine maus wackelt die ist doch gut zack oder nehmen wir eine andere die die ist auch doof da fahren wir dann mal durch wir nehmen die die perspektive wenn wir uns bezug passt ja viel rein hier schon das erste holz dann machen wir auf jeden fall keine keine lehrfahrt schon mal sehr gut der wald fängt an zu produzieren so zug ist draußen perfekt wie gesagt das ist mein erster güterzug wie ihr seht ich kicke die ganzen nicht schief wenn es gerade so gehen wir mal rein in die gute stube chips und ja ich bin dann mal ruhig ich mach die musik noch aus so sieht aus wo ist der zug da ist er steigen wir ein zack oh da ist ein baum aber deftig im weg muss ich wohl mal abreißen ja ich bin dann mal ruhig und viel spaß bei der fahrte bis minden das ist nicht Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020